so hallo und einen wunderschönen guten tag heute haben wir wieder die neuesten nachrichten und wir werden euch einiges präsentieren was wir heute oder die letzte woche erlebt haben erstmal vielen dank an die menschen die momentan uns die nachrichten geschickt haben über diverse sachen auch wurden ziemlich viele tagebucheinträge gemacht unter anderem von mir dazu werden wir gleich kommen dass da gibt es hammer neuigkeiten für das helfernetzwerk und für verschiedene andere sachen aber wir werden step by step gucken was passiert momentan ist die auslastung des netzes etwas höher wir werden jetzt gucken wie wir das ganze hinkriegen ja schauen wir mal nach so also was haben wir neues bekommen in passau in freuung da gibt es einen da gibt es eine person ein moderator der heiße at mod gehört der freijunger helfergruppe an obwohl die mitglieder sich erst sie mal getroffen haben stehen sie schon auf der fest auf festen helferbein die ein literaturkaffee haben ein handarbeits- und handwerkertreffen sowie ein wohlfühlabend so at mod sieht den schlüssel zu diesem erfolg darin einander die eigenen wünsche und bedürfnisse anzuvertrauen neustes projekt ist die erfolgreich gestartete schützenhilfe die einige gruppenmitglieder der helfergruppe aus passau leisten in passau gab es nämlich ein paar helfer interessierte die an einem abend mit kulinarischer vielfalt das helfergruppenleben live erfahren konnten sie bekamen informationen zur struktur der gruppe und der organisation und bekamen antworten auf ihre fragen rund um helfer und sie konnten gleich hautnah miterleben wie die gruppe aus reibungspunkten lösungen bastelt im schnell konsensieren sind die althelfers nämlich geübt wie sie stolz verkünden sie wissen dass diese methode dazu beiträgt durch das gefühl gehört und verstanden zu werden die gruppe zu stärken anstatt sie zu schwächen at mod ist über derartige erfolge und die darauf folgende positive resonanz immer wieder begeistert er schreibt dass er sich freut zu sehen wie aus geld systemischem mangeldenken eine harmonische gruppe wächst damit es auch weiter bergauf geht mit der passauer gruppe wollen die helfer aus freiung ihr auch weiterhin mit präsenz informationen unterstützen zur seite stehen um ein wenig freiunger helfer kultur nach passau zu bringen sind zumindest in der anfangsphase gegenseitige besuche geplant es geht halt nichts über ein persönliches treffen laut ihm so was ist schnell konsensieren und wie funktioniert das da das konsensieren mit widerstandsstimmen arbeitet ist die schnellste und einfachste form die frage gibt es begründete einwände dagegen somit bekommt man eventuell wichtige hinweise zu einem vorschlag die zuvor eventuell noch nicht bedacht wurden diese frage macht in der entscheidungsphase am meisten sind wenn man schon das gefühl hat dass ein bestimmter vorschlag bereits auf breite zustimmung stößt dies würde eine weitere diskussion gegebenenfalls vermeiden sofern keine begründeten widerstände kommen für eine vorangegangene entscheidungsfindungsphase ist eine etwas differenziertere frage sinnvoll wie viel widerstand habt ihr gegenüber diesen vorschlag als antwort streckt jeder seine hände aus und zeigt mit der anzahl seiner finger den grad seines widerstandes an dabei bedeuten alle finger vollen widerstand und zwei geschlossene fäuste null also gar kein widerstand natürlich kann man hier auch mit zwischenwerten noch genauer differenzieren somit sieht man sehr schnell ob man in diese richtung weiter diskutieren sollte oder ob die lösung in eine ganz andere richtung zu suchen ist in beiden phasen kann man sich somit viel unnötige zeit ersparen wichtige einwände und ideen abzuwirken etwas was die so geschätzte demokratie leider nicht zu leisten vermag oder mit anders zu sagen ein kondensieren und das passiert immer wenn man zeit hat sollte man sich als gruppe tatsächlich zusammensetzen und gucken was passt wie kann man etwas umsetzen und was gibt es für lösungen was gibt es für tool was gibt es für wertzeuge welche menschen und so weiter und so weiter miteinander reden hilft auf jeden fall dass man zusammen ein paar lösungen findet und da kommen wir zum beispiel zu einer gruppe aus bahnem in bahnem haben wir eine gruppe die die einen botschafter eingeladen hat weil es dort angeblich anfangs ein bisschen um geld ging später war es so dass dort jemand sich beschwert hat dass es dann nicht ganz funktioniert und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben geguckt was ist helfer wie funktioniert helfer was kann man da machen und wie kann man die gruppen aufbauen gerade das geld thema ist immer wieder thema in gruppen und ich würde empfehlen dass wir uns mal wirklich zusammensetzen und uns das ganze mal angucken weil es gibt schon einige gründe dafür warum wir eben nicht mit geld arbeiten wollen und was man machen kann damit wir anständig miteinander leben können ohne geld warum brauchen wir das ohne geld ganz einfach damit eine infrastruktur aufbaut damit wir ein miteinander gewährleisten können gerade wenn es darum geht dass wir zum beispiel eine inflation bekommen oder das krypto geld reingebracht wird und politische gegner direkt ja aus dem rennen geworfen werden oder aus der gesellschaft weil man ihnen die konten sperrt und somit alles an geld haben wir keine alternative infrastruktur ist es schwierig in barnum haben wir es geschafft eine sehr schöne konversation zu führen also zumindest fand ich das sehr schön dadurch sind einige leute die eher dem geld verfallen sind sind etwas ausgetreten beziehungsweise wollen austreten was okay ist was jeder mensch machen kann wie er möchte trotzdem haben sie uns versichert dass sie sich das ganze angucken und dass sie da mitmachen wollen die leute die da drin geblieben sind die haben ganz viele neue ideen bekommen wie man das ganze umsetzen kann und dass man zum beispiel auch anfragen könnte bei der awo und ähnliches und da freue ich mich auf jeden fall und bedanke mich auf jeden fall auch dass ich einen einblick darin haben durfte und auch nette menschen wieder kennenlernen durfte so zum thema nette menschen ich habe in den letzten helfer nachrichten immer wieder erwähnt dass es auch nicht nur das positive gibt sondern auch das negative und das negative das konnte man in den letzten tagen bei mir auch feststellen das hat mich sehr sehr zermürbt das hat mich sehr sehr kaputt gemacht und es ist es sind einige entscheidungen getroffen worden die dazu führen dass es demnächst starke veränderungen geben wird so hat zum beispiel sich bei der account orga das ist die orga die zum beispiel die orga 1 oder 2 oder 3 oder 4 zur verfügung stellt für diverse gruppen gab es innerhalb einen streit einen streit darum ob einige leute anständig handeln oder nicht die frage ging eigentlich nicht ob einige eigentlich ging die frage ob ich anständig handel oder nicht so wer daran beteiligt war spielt keine rolle jedenfalls wurde ich infrage gestellt und ich habe mich erklärt genauso wie ich das immer wieder mache es ist so dass die leute mir nicht vertraut haben und ich aus diesem grund helfer demnächst nicht verlassen werde aber zumindest stark zurücktreten werde damit ich eben die menschen nicht mehr ja nicht mehr im weg stehe diese orga und da habe ich mit einigen anderen leuten gesprochen diese orga ist auch meiner meinung nach also wir haben deswegen einen widerstand gegeneinander weil wir verschiedener meinung sind so bin ich zum beispiel der meinung dass wir viel mehr freiheit brauchen ja dass die gruppen frei sein sollten auch ohne die orga accounts zum beispiel und dass die menschen selbst entscheiden könnten sollten dass wir viel mehr schulungen anbieten und weniger das ganze andere brauchen wir dann sowas wie eine task force weil innerhalb eines streites in der musik gruppe weswegen es den ärger innerhalb der account orga gab hat man mir vorgeworfen dass ich meine macht missbrauche so und keiner kannte die task force hier noch einmal für alle zum mitschreiben ich konnte innerhalb einer 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 recherche ähm das ganze nicht nur widerlegen sondern die task force gibt es schon etwas länger nachweise findet ihr oder die kann ich noch mal einstellen wann das protokoll war wann wir das beschlossen haben da waren unter anderem einige mitglieder die sehr sehr aktiv sind bei helfer die waren mit dabei als das entschlossen wurde und ich war sogar noch nicht mal mit dabei ich habe nur diese aufgabe übernommen auch bei der erstellung der gruppe waren diese gruppen mitglieder mit dabei unter anderem eine dame die norm momentan bei der nord orga ist und die eigentlich hätte den leuten auch in der nord orga das ist so eine orga die sich um die nördlichen bereiche von helfer kümmert eigentlich hätte sie den leuten dort erklären können was die task force ist das wurde nicht gemacht deswegen wurde ich angegriffen weil eine dame aus der nord orga gesagt hat keiner kennt das so nachgewiesen haben wir dass das ganze funktioniert somit ist für mich eine sache ganz klar es geht hier um eine heads kampagne unter anderem gegen mich aber ich werde wie immer versuchen anständig mit den menschen zu reden und ich werde immer wieder versuchen anständig dass wir weiter vorangehen und jetzt habe ich eine ganz kleine sache also das ist die task force die gibt es wir haben den kleinen streit gehabt dort wir haben einen disput der eigentlich die der anstoß war warum es dort ärger gab das ist jetzt ein eine sache die in der wir in der mediation drin sind und diese mediation ist keine echte mediation diese mediation ist ein miteinander reden in der öffentlichkeit hat viele mixe und ähnliches wir werden jetzt noch ein gucken dass wir einen termin machen und ich werde demnächst besprechen oder ich werde demnächst hier in der bei den nachrichten erzählen worum ging es was ist passiert und wie können wir das ganze so machen dass wir da anständige lösungen finden dafür brauchen wir aber erstmal ein ergebnis und nicht mittendrin irgendwas sagen was habe ich ansonsten gemacht ich habe mich zu einigen sachen entschieden oder für einige sachen entschieden und das war wie gesagt ich trete zurück wer mich kennt der weiß dass ich nicht normal zurücktrete sondern ich habe natürlich was neues im aufbau eine sache die absolut wichtig ist was machen wir die idee ist dass wir ein neues projekt aufmachen und ihr kennt ja helfer helfer hat vier grundlegende gruppentypen das ist einmal die lokal gruppe einmal die themen gruppe einmal die berufsgruppe und einmal die orga so wir machen jetzt ein neues projekt dieses neue projekt wird auch eine neue art von orga haben und wird nicht nur helfer mit drin haben sondern wir arbeiten ganz offiziell jetzt mit solaris zusammen und ne das sind leute aus frankreich da sind leute auch bei uns in der neuen gruppe und wir haben leute aus diversen anderen themen gruppen wie zum beispiel eine akademie wir haben freie energie leute wir haben ich möchte gerne auch mit ard leuchtturm projekt zusammenarbeiten mit tausende andere gruppierungen wo wir zusammen die ganze geballte kraft machen und natürlich die lokal gruppen wollen wir genauso supporten ähnlich wie die helfer orga der unterschied oder da gibt es einige kleine unterschiede bei uns wird es kein account geben der innerhalb der gruppe ist der als in von der orga oder ähnliches gemacht wird wir werden das ganze etwas anders machen diese sachen werde ich euch alle noch vorstellen wir müssen gucken ob das technisch umsetzbar ist was wir vorhaben und wir werden step by step by step gucken dass wir euch das ganze natürlich dann auch präsentieren das heißt alle gruppen sind eingeladen denn bei helfer ist es so dass jede gruppe selbst entscheiden kann von wem sie supportet wird so könnt ihr zum beispiel von der helfer account orga supported werden oder ihr könnt zum beispiel von einer anderen orga supported werden normalerweise war es so und ist es so dass jede gruppe frei entscheiden darf ob sie von der helfer account orga gemacht wird dann sollte ein orga account drin sein oder ihr macht es nicht und ihr macht es so wie die andere gruppe das will und da werden wir euch dann sagen wie das ganze funktioniert wir sind gerade daran dabei daran zu arbeiten und wir sind gerade auch dabei vielleicht auch ein paar etwas bekanntere namen mit ins boot zu holen die uns dann unterstützen dass wir das ganze nochmal raushauen und zwar nicht nur in deutschland definitiv nicht sondern weltweit das neue projekt heißt free planet earth also freier planet erde weil wir wollen dass die menschen frei sind so und es gibt keinen auch ich nicht der reingucken kann was in euren gruppen passiert nichts das zum thema misstrauen und naja der hat einen kleinen komplex wir werden da viele sachen noch machen ich werde auch darüber erzählen bei helfer und bei free planet earth genauso umgekehrt weil wir arbeiten zusammen es ist sowas wie eine neue orga die sich daraus bildet und die die alte orga gegebenenfalls sogar unterstützt mit egal was so wir werden wie gesagt zusammen arbeiten und das ist eine sache die ich gerne hätte und da müssen wir dann auch diese orgas die da existieren mal gucken ob sie sich richtung dazu bewegen oder ob sie sich weg bewegen wollen weil jeder darf machen wie er will also demnächst haben wir viel mehr free planet earth aber das hier bleibt erstmal helfer genauso wie viele andere sachen alle helfer bleiben helfer geht nicht kaputt im gegenteil das netzwerk wird noch vergrößert verbreitert und wir kriegen viel viel mehr zu lauf hoffentlich wer das nicht möchte kann genauso weitermachen wie es war denn das ist ja das schöne dass wir miteinander arbeiten statt gegeneinander so was gab es noch schönes oder eher ein bisschen eine sache die mich traurig gemacht hat ich bin hier in griechenland gewesen und das habe ich in meinem tagebuch reingeschrieben da habe ich auch die bilder reingesetzt es gibt hier eine spendenaktion und ich hatte mich gefreut dass ich sowas positives sagen kann wie dass die griechen den türken helfen trotz jahrelanger ach jahrzehntelanger ach jahrhundertelanger feindschaft dass die griechen sich wegen der erdbebenopfer so viel mühe gegeben haben dass sie spenden und dass sie helfen jetzt haben wir aber ein problem das problem ist angeblich und das ist das gerücht was hier rum geht kriegen die leute in der türkei keine gebrauchten sachen sondern nur neue sachen die regierung hält damit die leute davon ab dass sie sich gegenseitig helfen damit kurbelt sie nochmal die wirtschaft ein bisschen auf und natürlich bringt das ein bisschen unstimmigkeit weil wenn ich versuche zu helfen und der andere braucht die hilfe und einer steht dazwischen und sagt nein du kriegst keine hilfe weil du nicht gut genug bist oder deine klaren sachen die du spendest sind nicht gut genug und der andere der sie braucht kriegt sie nicht dann wird das automatisch zu unstimmigkeiten führen und das ist wiederum ein weg das ist das was ich vorher gesagt habe in richtung krieg ich hoffe mal ich hoffe mal dass das nicht stimmt ich habe mit den verantwortlichen gesprochen innerhalb dieser bewegung also innerhalb der des vereins der das ganze in gang gebracht hat hier in griechenland und die meinten nein diese gerüchte sind nicht richtig und die bilder könnt ihr bei uns sehen bei mir im tagebuch ich werde nochmal mein tagebuch hier verlinken damit ihr das sehen könnt ansonsten hoffe ich dass wir uns weiter gegenseitig unterstützen und dass wir durch diese unterstützung und diese hilfe diese gegenseitige hilfe dass wir den politikern ein ja ein Balken dazwischen tun sodass sie nicht in der lage sind den krieg auszuführen den sie wahrscheinlich eigentlich wollten lasst uns zusammen daran arbeiten dass wir Frieden schaffen denn Frieden ist eines der wichtigsten Sachen ja und damit komme ich zu einer weiteren Sache ich habe versucht hier eine Telefonkarte zu kaufen und ich habe jetzt gehört dass es in Deutschland so ähnlich ist hier in griechenland reicht es nicht nur mehr aus wenn wir eine Telefonkarte haben dass wir den Ausweis zeigen beziehungsweise ein Reisepass hier muss man auch noch die Steuernummer zeigen und die Steuernummer ist diese Nummer die einmalig vergeben wird von der Geburt an bis zum Tod oder bis sogar nach dem Tod es ist eine eindeutig identifizierbare Nummer die an eurem Namen drangehängt ist mit dieser eindeutigen Nummer seid ihr weltweit registriert und damit seid ihr eindeutig identifizierbar das heißt die die Überwachung die schreitet weiter voran während viele Leute Demonstrationen machen für oder gegen die Corona Maßnahmen für oder gegen den Krieg ist auf der anderen Seite werden wir weiterhin überwacht und weiterhin werden Sachen gemacht die nicht menschlich sind ich hoffe ich hoffe doch sehr dass wir es schaffen dass wir in eine eine Richtung gehen wo der Mensch endlich frei ist also lasst uns bitte zusammenhalten und lasst uns eine Infrastruktur aufbauen damit wir nicht mehr diesem Wahnsinn verfallen können lasst uns eine Idee in Gang setzen die die Menschen wieder vereint und dazu reicht nicht nur ein Helferprojekt dazu reicht nicht nur ein Solaris Projekt dazu reicht nicht nur ein Irgendwas Projekt nein wir müssen alle Projekte zusammentun alle mit unseren Freunden und mit den Leuten die wir eigentlich nicht leiden können die wir eigentlich nicht leiden können aber wo es eigentlich keinen Grund dafür gibt dass wir sie nicht leiden können bitte lasst uns versuchen einen Weg finden zusammenzuarbeiten weil nur das schafft Frieden und ihr wisst was ich immer sage Frieden schaffen wir nur wenn wir alle zusammenhalten also lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns in Liebe tun viel mehr Nachrichten werdet ihr nächste Woche wieder hören ich hoffe dass es positive Nachrichten von euch sein werden viele Neuigkeiten die dem Projekt Free Planet Earth irgendwie rein wachsen werden werdet ihr auf meinem persönlichen Tagebuch werdet ihr das da mitkriegen und ich hoffe dass wir da auf jeden Fall super Lösungen finden wie wir zusammenarbeiten werden in diesem Sinne ich wünsche euch alles Gute viel Spaß noch und wir sehen uns auf der Straße bis denne Ciao